Abends ist das schon ein bisschen Asiaküchen, ein bisschen Türkischküchen, das sind Wechselrezepte, aber auch alle Fisch, Flasche, Hähnchen, Gemüse, allem. Also die Abwechslung von vorigen Jahren ist, dass wir jetzt nicht Themenabende haben, jeden Abend haben wir alles. Wir haben ja verschiedene Menüs, aber wir haben kein italienisches Abend, kein türkisches Abend, jeden Abend ist auch italienisch, auch türkisch, auch kassel. Ja, auch gut. Und die Registration, das ist mit Landkumpel, Rindfleisch, Männchen, aber es ist viel alles drin.